So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XCB. Heute ist Dienstag, der 19. September 2023 und gemeinsam wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und ich muss leider sagen, so wirklich spektakulär und groß verändert zum gestrigen Handelstag hat sich leider nichts. Also wir haben weiter die FED morgen auf der Agenda, das wird spannend, das wird interessant, das gibt eventuell Volatilität, vielleicht sogar garantiert, ausgehend von der Erwartung nicht, dass sie den Leitzins unverändert lassen wird, sondern ausgehend von der Rhetorik, die sie dann anschlagen wird, im Hinblick auf das, was ist zu erwarten, aber das ist etwas, da schauen wir morgen drauf. Für den heutigen Handelstag sieht es ein bisschen dünn aus. Ich habe wirklich, wirklich suchen müssen und ich habe mich dazu entschieden, wir werden einfach mal eine kurze Betrachtung zum DAX machen in Bezug auf, warum man den heute, meiner Einschätzung, nicht handeln sollte. Alles weitere dann in den folgenden Minuten, bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devision und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den anderen Risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Eignet und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risiken und weiß auf xtb.com.de. Nutzt euch auch die Möglichkeit, den Kundensupport hier im Berliner Büro zu kontaktieren, wenn ihr Fragen haben solltet, sei es zur Kontoeröffnung, sei es zur Plattform, zur X-Station, sei es zur XDB als Broker, sei es zur Produktpalette, wo es auch immer euch dort an Fragen unter den Nagel brennen sollte, gerne, wie gesagt, XDB einmal persönlich den Kundensupport hier kontaktieren. Ganz kurz in eigener Sache, alles, was ich hier jetzt in den folgenden Minuten präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen, das ist ein rein edukatives, rein informatives Event, könnt gerne eure Fragen stellen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, ich würde mir die dann entsprechend anschauen, beziehungsweise würde die beantworten im nächsten Event hier, aber nochmal bitte nicht in irgendeiner Form als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails zum Kundensupport, wie gesagt, von XDB, im Berliner Büro, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wie es euch beliebt, kurz XDB als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl, welche Gründe dazu geführt haben, einmal hier in der Mitte aufgeführt, ein Grund mit Sicherheit, die X-Station, die ich wärmstens empfehle, sich mal runterzuladen und dann auch mit dieser vertraut zu machen, einige tolle Features, die diese beinhaltet und wir wollen einen Blick werfen auf den DAX. Ich habe, wie gesagt, jetzt den DAX ausgepickt, weil ich mir denke, da kann ich am meisten, am ehesten noch was zu sagen, ausgehend nämlich von einem Trade, den ich auch gestern gemacht habe und warum ich den Trade heute zum Beispiel nicht machen würde und da denke ich, da bietet sich das am ehesten an. Zunächst der Blick hier einmal auf die Stunde, das Bild, was wir hier vorfinden. Alles andere als attraktiv. Ich muss auch in der Nachbetrachtung in Bezug auf den Trade von mir gestern zum Beispiel die Frage stellen, war das überhaupt nötig, machte das Sinn? Ich kann auch rumoptimieren dann noch ein bisschen und kann argumentieren, warum ich dann auch zum Beispiel eine Entry zu früh gewählt hätte und dergleichen. Unterm Strich ist ein bisschen was hängen geblieben, aber nichtsdestotrotz, es war jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, das war ein Trade, der, naja, ich sag mal, ein Sahnestück war. So möchte ich es ihm vielleicht mal am ehesten formulieren, auch wenn er sich hat relativ im Stress frei managen lassen und der Grund, der dafür spricht oder der dazu beiträgt, warum es so ist, mit Sicherheit der Umstand, dass wir in dieser Range hier aktuell gefangen sind, in einem neutralen Shopee-Marktumfeld und wir auf frische Impulse warten müssen. Wir haben einen Versuch gesehen, aus dieser Range auf der Oberseite auszubrechen, eine Attacke zu sehen bekommen und zwar mit der EZB auf die 16.000er Region im Cash-Bereich, beziehungsweise 16.050, 16.100er Region im Future. Dann gibt es diesen Rollover, es sieht jetzt danach aus, als wenn es ein potenzieller Fehlausbruch war, das muss man hier so ein bisschen relativieren, denn wir haben einen sogenannten Rollover ja letzte Woche zu sehen bekommen, hier im CFD, der auf den Future DAX referenziert und da hatten wir den Hexensaber, den großen Verfall letzte Woche Freitag, deswegen sieht es nachher nach einem Fehlausbruch aus. Wer sich die Kasse anguckt, in einer anderen Indikation, der wird feststellen, dass wir hier nahezu im Bereich dieser Hochs übergerollt sind, also gar keinen Break höher zu sehen bekommen haben, gegen die 16.000 im übertragenen Sinne abgeprallt sind und so dann wieder jetzt in diese Range zurückgekippt sind und inmitten genau dieser Range eben tatsächlich traden und damit eigentlich aus der Warte jedenfalls keine großen Bewegungen, Impulse oder sonst dergleichen erwartet werden, sollten größere Bewegungen erst Break über oder Break unter. Die entsprechende Range auf der Oberseite um 16.000 Punkte, 16.100, auf der Unterseite Region 15.500, 15.600. Vielleicht ist die Verte morgen in der Lage, entsprechende Impulse zu liefern, Attacken zu liefern, wenn wir uns die US-Märkte anschauen, die Wall Street anschauen, kurzer Blick vielleicht einmal auf den Spider, kurzer Blick auf den Nasdaq. Wir sehen, wichtige Supportregion gestern angelaufen. Im Spider ist es hier der Bereich 4,42 ungefähr. Wir handeln unterhalb der 5-Tage-Linie. Tendenz geht da eher zur Short-Seite und eher in den Break tiefer. Das könnte im DAX auch nochmal so einen kurzen Run Richtung 15.700 vielleicht sogar initiieren. In den Queues, also im Nasdaq ETF haben wir hier die Region um Roundabout 3,68, 3,69 auf der Unterseite, auch unterhalb der 5-Tage-Linie. Auch da eher der Bias in Richtung Short, aber nochmal, die Karten werden da morgen komplett neu gemischt und ausgehend hiervon eher ein shoppiges Treiben zu erwarten. Ich wollte noch ganz kurz sagen, welchen Trade habe ich gestern gemacht und warum würde ich den heute nicht machen? Das hat sich jetzt eigentlich schon erledigt, ehrlich gesagt. Oder beziehungsweise, es ist ein perfektes Beispiel, warum ich ihn nicht machen würde. Also ganz kurz einmal zu gestern hier. Wir haben am Freitag ja einen relativ schwachen am Wochenschluss zu sehen bekommen. Das hatten wir gestern hier an dieser Stelle im Guten Morgen Börse kurz zum Thema gemacht. Relative Schwäche, die sich hier herauskristallisiert hat, besonders in der Wall Street. Und wir sind dann gestern reingekommen und fielen unter die Tiefs, die wir am Freitag ausgebildet hatten. Kam also schwach in die Woche rein. Abgabedruck. Und dann kommt hier die Kasse rein. Also das ist 8 Uhr ungefähr. Wir fallen runter. Und dann gibt es kurze Spikes. Das war das Tageshoch. Da lag mein Stopp. Der ist auch nie geholt worden an der Stelle. Wie gesagt, ich sagte gerade früher, vielleicht wäre hier diese Entry in diesen Gefilden wesentlich sinnvoller gewesen. Beziehungsweise nicht hier der Entry, sondern der Entry dann nach einem Halten unterhalb mit neun Tagestiefs, dass das einfach zu früh war. Hätte mich 20, 30 Punkte vielleicht gekostet. Weiß nicht. Also Fakt ist auf jeden Fall einmal, wir droppen und wir haben dann Versuche gesehen, diese Tiefs zurückzuerobern des Vortages, die aber viel geschlagen sind. Also wir haben kurze Spikes drüber gesehen, aber sind dann wieder abverkauft worden und wir hielten kontinuierlich unterhalb des EMA 50 auf 5 Minuten Basis. Und das hat mich dazu veranlasst zu sagen, ich gehe davon aus, dass wir eher nochmal Abgabedruck zu sehen bekommen. Das Management des Trades lief dann von selbst. Also ich habe erstmal den Initialstopp hier auf den Hochs gehabt und habe dann gesagt, solange wir unterhalb des EMAs handeln, möchte ich die Position auf jeden Fall halten. Es war auch eigentlich ein reiner Daytrade, muss ich an dieser Stelle eben sagen, den ich da abgesetzt habe. Also da hätte viel, 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 viel zusammen kommen müssen, dass ich da eine Swing-Position in Betracht ziehe. Kontinuierlich unterhalb dieser gleitenden Durchschnittslinie hier gehalten, dieser orangefarbenen Linie. Und ich bin dann in diesem Bereich hier gestoppt worden, nachdem der Markt mit den US-Märkten zwar kurz einen Abgabedruck sah, aber sich dann begann so ein bisschen zu stabilisieren. Ich habe den hier, den Stoppt, auf dieses Niveau gezogen gehabt, auf dieses Zwischenhoch, was ich dort ausgebildet hatte und als wir das dann rausnahmen, also nicht nachhaltig rausnahmen, aber als wir es dann rausgenommen haben, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich sogar unterwegs, also ich habe den Stoppt einfach so das Level getrailt und dann bin ich gestoppt worden, habe also einen kleinen Profit hier von, ich weiß es gar nicht, 80, 90, 100 Punkten irgendwie sowas unterm Strich gehabt. Kein weiteres Momentum, aber dann beginnt die Konstellation heute sehr ähnlich sich darzustellen zur Eröffnung, wie gestern auch. Wir laufen um 8 Uhr rein und wir fallen unter die Vortagestiefs. Und da könnte man jetzt durchaus einen Betracht ziehen, einen Short an dieser Stelle, sollten wir unterhalb halten und unterhalb des EMAs. Nur, jetzt kommen eben zwei Gründe. Zum einen, jetzt sowieso schon nicht mehr, weil, warum? Nun, wir sind jetzt über den 50er EMA zurückgelaufen, wenn ich die als Vorteilsidentifikationslinien nutze für meine Zwecke und sage, wenn wir darunter halten, sehe ich den Vorteil erstmal ganz grob gesprochen Short, handeln wir drüber, sehe ich ihn ganz grob long, naja, dann sind wir jetzt offensichtlich eher long als short und demnach ist das sowieso schon Makulatur. Hätten wir jetzt allerdings unterhalb gehalten und ähnlich wie gestern diese Struktur hier auf den Weg gebracht, dann denke ich mir, morgen die FED. Wir haben erst morgen eigentlich den potenziellen Impulsgeber und darüber hinausgehend auch ganz wichtig, vielleicht an dieser Stelle, wir haben eine statistische Tendenz, in die FED bullish hinein zu driften. Also die FED selber liefert tatsächlich keine wirkliche Möglichkeit, einen Vorteil zu identifizieren, dass man sagt, die FED, wenn sie sich äußert, ist der Markt eher long oder ist eher short, also der Markt in Form des S&P oder des Nasdaq oder auch des DAOs oder auch des DAX zum Beispiel. Aber die Drift, die 24 Stunden vor der FED, die sind gemeinhin bekannt, dass sie die Long-Seite begünstigen. Und das ist etwas, was ja eigentlich dann einer Short-These entgegenspricht. Das heißt jetzt natürlich nicht, wenn wir 24 Stunden vorher sagen, dann haben wir ja so einen Handelstag im übertragenen Sinne. Wir haben jetzt Dienstagmorgen, also das heißt, bis Dienstagabend haben wir ja durchaus nochmal die Möglichkeit, einen ähnlichen Lauf wie hier im DAX eben auf den Weg zu bringen. Dann kommt aber wiederum die übergeordnete Fassung und dann sage ich, naja, wir handeln mitten in der Range. Also lange Rede, kurzer Sinn, nicht sonderlich interessant. Long möchte ich nicht sein im derzeitigen Umfeld. Short möchte ich jetzt allerdings auch wiederum nicht sein. Also ich vermute mal, es läuft darauf hinaus, wir werden einen ruhigen Handelstag heute verleben und dann morgen uns nochmal detailliert mit der FED auseinandersetzen. Was ist zu erwarten? In welche Richtung wird es gehen? Am ehesten? Und vor allem, welche Auswirkungen könnt ihr das dann auf den DAX, auf den DAO, auf den S&P, vielleicht auf den Nasdaq, auf Gold vielleicht auch haben? Da blicken wir morgen drauf. Happy Trading! Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss.